Hallo und herzlich willkommen zu einer vielleicht letzten Folge von Metal Gear Solid, ich weiß es nicht. Sicherlich Quiet heißt diese Folge, ist eine Nebenmission. Das haben wir gewaschen ist, Mission starten, aktuelle Zeit, das machen wir noch. Gut, das könnte jetzt diese Folge werden, wo ich, also sie, sie, stellen dann werden, die ich mir dachte, dass die letzte Stelle ist. Ich dachte, die Menschheit hält sich daneben. Aber gut. Da hat mich sehr doch was zum tun. Und ich habe mir schon den Aufspann und alles mit euch angeschaut und mich verabschiedet. Naja. Im Endeffekt macht sie auch absolut nichts. Ja, ich werde diese Hälfte rumgeetzen, was ich! Ja, ich hätte da meinen Kopf in den Rolleren ger 5000. Nehmt, jetzt sind unsere Hälfte rumge. Nein. Pregime und auch von dem Rolleren. Ich habe viele Leute. Oh! I should be around there somewhere. Yep, well, you're saving me, son. Quiet isn't there. Has she been moved somewhere? You see any intel files lying around? Good. Okay. 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 Exit. Das hört sich jetzt an nach dem, was ich im Kopf hatte. Okay. 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 Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, let's finish this. Okay, let's finish this. You're surrounded. There's no escape. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet is able to fight. Okay, let's get back to her old dog. Reinforcements. There they come. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet will have to take them out. You and Quiet will have to take them out. There you go. The enemy dead ahead. Don't let them get close. Boss, reinforcements are approaching. Get ready while you have the time. If you have mines, boss, now is the time to plan them. Try to predict the enemy's route. The enemy is in front. Take them out. Hold up, boss. You need to secure the area first. Quiet's using yourself as a decoy to draw the enemy away from you. Boss, if you're going to protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. Heavy inbound from the left. Get the cover and watch the enemy. When you see a chance, you'll take it. Woah. Woah, fuck it. Hey, quit kidding around. Snake? I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Boss, reinforcements are approaching. Get ready while you have the time. Give them ammo. Now is your chance to stock up. Give the order from your iDroid. I'm going to kill you. 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 The enemy's dead ahead. Don't let them get close. Hold up, boss. You need to secure the area first. Oh. oh he is close wait for the right moment to head back Was ist das? Das war's für heute. Ja, das ist wirklich so. Ja genau. Geht doch mal, bitte kacke. Eigentlich will ich ein Looter-Spiel abschließen. Jaaaa, kommt jetzt! Ja, das ist ein Decoy. Gehe den Krieg weg von dir. Boss, wenn du dich beschädigst, musst du den Krieg anbieten. Der Krieg anbieten! Lass den Krieg anbieten und die Krieg anbieten. Wenn du dich anbieten möchtest, fahre ihn! Die Krieg anbieten. Lass den Krieg nicht wiederkommen. Lass das nicht verletzen, die in den Krieg anbieten. Lass die Krieg anbieten. Der Krieg anbieten. Lass die Krieg anbieten. Alter, das gibt es nicht. Wo schon wieder? Und jetzt kommt es sicher wieder. Sie sind hinterher, nicht damit sie sich nahe. Hold up, Boss. Sie müssen den Bereich erstellen. Koi, schau den Krieg weg von dir. Boss, wenn du dich beschädigst, musst du den Krieg betreffen. Der Krieg zu dir. Geh auf den Krieg und schau den Krieg. Wenn du eine Chance sehen kannst, mach es. Man muss das. Wenn du ein Krieg sind, dann hoch zum Schlag. Die sind noch mehr gekommen. das gibt es doch nicht geht es doch schießen alle miteinander na echt jetzt nicht bei der letzten Mission jetzt das mal auf die Nerven geht hier 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 Hold up, boss. You need to secure the area first. Quiet's using yourself as a decoy. To draw the enemy away from you. Boss, if you're going to protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. Enemy to your left. Get to cover and watch the enemy. You see a chance, take it. The enemy's close. Wait for the right moment to head back. There's more coming. Enemy to your right. Oh, let's do it. Daher Der Krieg ist bereits fertig. Du kannst das tun, Boss. Ich kriege einen Auszug. Ja, genau, wieder von dir. Das ist unpackbar. Das ist so mühsam. 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 Oh. Wait for the rifle and then he's back. Oh shit. There's more coming. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Enemy to your right. Quiet's using yourself as a decoy to draw the enemy away from you. Boss, if you're gonna protect Quiet, you'll need to attract the enemy to you. The enemy's almost finished. You can do this boss. Listen. The enemy's almost finished. Look out. No. This is B4. Approaching position. Rayday! Rayday! Do not maintain altitude! Controls are unresponsive! Keep one down! Keep one down! He shot down the chopper. Already a backup chopper. Call it from your hydroid. Weird. Maybe it'll get there on the top of our enemies. I have to ja geht doch scheißen das kann es echt nicht mehr sein wie das kann nicht sein mich sieht nichts aber hauptsache das ist echt einfach mal lustig ja 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 Das war's für heute. Sie müssen den Krieg anstrengen. Der Krieg anstrengen. Geh auf den Krieg und schaue den Krieg. Sie sehen die Chance? Geh es! Der Krieg ist nahe. Der Krieg ist nahe. Oh, das ist die Mutter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jaaa... Ja, geht's doch scheiße echt jetzt, das kann's nicht sein... Boss, was ist passiert?! Boss! Gut, schauen wir uns in der nächsten Woche an. Ich sag vielen Dank, servus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.